Welche Arten der Fondue-Zubereitung gibt es? Fondue kann mit verschiedenen Flüssigkeiten hergestellt werden. Die jeweilige Flüssigkeit wird am Tisch über einer Wärmequelle, im sogenannten Reshow, heiß gehalten. Jede Person kann ein Stück Brot, Fleisch, Gemüse oder ähnliches mit einer Fondue-Gabel oder einem kleinen Sieb in die heiße Masse tunken bzw. darin garen. Welche Wärmequellen gibt es beim Fondue? Bei der ursprünglichen Form des Fondues wird der Topf über einem Feuer erwärmt. Da dies jedoch für heutige Verhältnisse eher unpraktisch ist, gibt es verschiedene Wärmequellen, die am Tisch verwendet werden können. Worin liegen die Vorteile von Fondue-Sets gegenüber anderen Zubereitungsmethoden? Prinzipiell ist es möglich Fondue. Je nach Flüssigkeit, auch im Ofen, auf dem Herd oder in der Mikrowelle zuzubereiten. Der Käse benötigt lediglich Hitze umzuschmelzen, der Sud umzusieden. Diese Hitze kann auch von anderen Küchengeräten kommen. Wirkliche Liebhaber werden die klassischen Zubereitungsarten bevorzugen und den Unterschied Schmecken. Was kostet ein Fondue-Set? Fondue-Sets gibt es in allen Preisklassen, vom günstigen Gerät für ein paar Euro bis hin zum hochwertigen Gourmet-Fondue. Wofür ein höherer dreistelliger Betrag fällig ist, wo kann man ein Fondue-Set kaufen? Fondue-Sets kannst du in Elektrogeschäften, vor allem aber im Internet kaufen. In Kaufhäusern und Supermärkten findest du sie eher selten. Online ist die Auswahl am größten und die Preise in vielen Fällen niedriger. Besonders ausgefallene oder sehr hochwertige Modelle sind sehr viel häufiger im Internet zu finden, als im Handel. Für wen eignet sich ein Fondue-Set? Prinzipiell eignen sich Fondue-Sets für jeden. Der Fondue gerne ist. Die Geräte sind ideal für gesellige Abende und besonders an Feiertagen sehr beliebt. Der Aufwand des Gastgebers ist nicht sehr hoch. Da jeder sein Gericht selbst zubereitet. Wie funktioniert ein Fondue-Set für alle Fondue-Arten und worin liegen die Vorteile und Nachteile? Bei dieser Form von Fondue-Set kann jede Fondue-Art zubereitet werden. Meist ist der Behälter aus Edelstahl und eignet sich daher besonders für Fleisch-Fondue. Auch Käse- oder Schokoladen-Fondue kann darin zubereitet werden. Wie funktioniert ein Käse-Fondue-Set und worin liegen die Vorteile und Nachteile? Dieses Set ist speziell für Käse-Fondue gestaltet und eignet sich nicht für Fleisch-Fondue. Das Gefäß ist meist aus Keramik oder Ton und leitet Wärme. Ein sehr langsames Jö-Dies ist ideal für den dickflüssigen Käse, der dadurch nicht so schnell anbrennt. Wie funktioniert ein Schokoladen-Fondue-Set und worin liegen die Vorteile und Nachteile? Dieses Fondue-Set ist speziell für Schokolade gedacht. Diese wird bestenfalls separat erwärmt und dann in den Behälter gegeben. Der Topf ist beim Schokoladen-Fondue meist aus Keramik und häufig für zwei Personen und mit Tählicht erhältlich. Welche Geschichte hat das Fondue? Fondue ist ursprünglich ein Gericht aus geschmolzenem Käse. Mittlerweile wird der Begriff jedoch allgemein für Gerichte verwendet, bei denen kleingeschnittene Lebensmittel in eine heiße Flüssigkeit getumpt werden. Die genaue Herkunft des Käse-Fondues ist unklar. Sowohl die Schweiz, wie auch Savoyen in Frankreich erheben Anspruch auf dessen Ursprung. In der Schweiz wurde es jedoch erst im 20. Jahrhundert zum Nationalgericht ernannt. Den Namen verdankt das Fondue dem französischen Wort größer als größer als Fondue, kleiner als kleiner als. Was schmelzen bedeutet? Heute wird Fondue bevorzugt an Silvester und Weihnachten zubereitet. Welche Flüssigkeitmasse ist die richtige für Fondue? Beim Käse-Fondue ist es wichtig, junggereiften Käse zu verwenden, da dieser sehr viel bessere Schmelzeigenschaften mitbringt als altgereifter. Die Sorte richtet sich nach dem Geschmack. Auch in der Tradition des Käse-Fondues gibt es nicht das richtige Rezept. Der Käse wurde je nach Region ausgewählt und gemischt. Wie bereitet man Fondue richtig zu? Beim Käse-Fondue reibst du im ersten Schritt den Käse und streichst die Innenseite des Kakelons mit einer zerdrückten Knoblauchzehe aus. Nun gibst du Weißwein in das Kakelons und kochst ihn auf einer Herdplatte auf. Anschließend wird nach und nach der Käse gemischt mit Stärke dazu gegeben und bei geringer Hitze langsam geschmolzen. Welche Beilagen passen gut zu Fondue? Bei den Beilagen zum Fondue sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Außer man ist sehr streng und hält sich an die Tradition. Dann kommen beim Käse-Fondue nur kleine Brotstücke in Frage. Bei den verschiedenen Fleisch-Fondues kommt dann, wie es der Name sagt, nur Fleisch zum Einsatz.